Heute Morgen kam Post. So ein Autochen mit so einem Aufkleber drauf. Keine Ahnung was das ist oder war. Dann habe ich mir aber gedacht, habe mir einen neuen Defender gekauft und jetzt gucken wir mal was da drin ist. Oh, noch mal ein Umschlag. Spannung, kleines Anschreiben, bla bla, Herzliches Rückrund und da ist er, der Brief von unserem zweiten Defender. Ist da. Dann noch dieses COC Papier. Und was haben wir noch? Die Nummernschilder sind auch schon da. Das heißt, jetzt kümmere ich mich noch um die Versicherung und dann mache ich einen Termin bei der Zulassung und dann kann es losgehen.